Jetzt geht's wieder los. Hier ist Dukendernich durch a.k.a. Ich bin's für euch. Und ich spiel dir wieder den Elden Ring. Elden Ring. Und wie ihr wisst, wir sind hier schon mitten dabei und wollen die Sillen finden. Reite ich in die richtige Richtung? Nein, ich reite nicht in die richtige Richtung. Ups. Hopp. Scheiße. Warum kann ich da jetzt wieder nicht runter? Das ist... Ähm. Hä? Position der goldene Maske verraten? Was war das? Ah, der sucht, ja. Das sagt er immer. Mh, 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 mh. Sehr gut. Ich nehme es aus, ich nehme es aus. Danke. Okay. Ah. Cool. Schauen wir mal. Reisen wir da rüber? Pss. Ups. Da ist er. Brr, 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 brr. Hat er ein Knie da vor der Maske, oder was? Nee. Schlieb, brr, brr, brr. Ah, wir treffen uns noch wieder. Ja. Dankeschön dir bin ich mit dem nobelen goldene Maske. Echt? Die hatte ich gesprochen? Und ich habe mein Platz von seinem Seite, wie Sie sehen können. Oh, toll. Keine Angst. Ich werde dir noch immer noch überraschieren, wie vorhin. Super. Though we must do so quietly, such that we not disturbed the great master's cogitation. The master is always deep in contemplation. While I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger. And though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom, I know that this, this is my life's calling. The golden order has bestowed me, talentless as I am. The great duty of documentarian. Oh. Jo. Das sollte man auch wissen, ist man dann einfach ein... Oh, was ist denn... Was ist denn da los? Ja, da... Mann. Bisschen lauter. Ach, da unten ist der. Woah. Woah. Wow. Shit. Steh halt auf, mein Gott, krieg solche Löwenkralle, gut, 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 die Zent sind, in der Programm sind es 100%, so, das habe ich, da wird geschossen, da muss ich hoch, genau, ich muss ja hier hoch und dann da oben rum rein, schauen, da haben die dann nämlich einen, ein Riesen, oh, zwei Löwe, Doppellöwe, geil, hä, äh, da sind gar keine mehr, okay, cool, das ist überhaupt keiner mehr, das ist ja toll, Schwertboost, was ist das, das ist so, Stärke und der Tropfen heißt, dass das Leben gerade regeneriert wird, Oh, hört sich an wie Halo, ja, mega cool, mega geil, Dann sind da gar keine mehr, mein Gott, das ist ja total cool, ah, geil, die Halo-Gesänge, Halo war auch so ein geiles Spiel, also Halo hat mir echt gut gefallen, ja, dann schaue ich mich doch jetzt hier mal in dem Schlösschen um, schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwo einen, einen Dingspunkt finden, ja, hier war alles voller Gegner, das verstehe ich gar nicht, das ist ja cool, wahrscheinlich muss ich erstmal an den zwei Jungs da vorbei, wahrscheinlich muss ich an den zwei Jungs vorbei, damit ich zu dem Heldentanz da komme, so, aktivieren wir das mal, weil ich nicht glaube, dass das irgendeinen Unterschied macht für mich, Hi Ein Handbuch Schmiedestein 5 Gassplitter So, die kleinen können nämlich doch recht gefährlich werden, Oh, jetzt kann ich das hier öffnen, und dann habe ich da schon mal das geschafft Und letzter Du bist lustig So, Dunkel 4, Bestienblut, alter Reißzahn, ja, alter Reißzahn Der ist auch angepisst, ne, und jetzt wirkt das Gift Und Und der letzte Schuss So, den Rest macht das Gift Dunkel 4, Bestienblut und Reißzahn, ja, gut Gut Und der Gnade rasten Dann 14.000, ach, 14.000, aber nicht so, da habe ich noch irgendwelche Runen, die ich poppen kann Oh, Goldene Rune 11, was macht die? 6.000, na, nicht so viel Ah, da hätte ich darum auch reingehen können Oh, guck mal, da sind sie ja alle So, Mr. Blythe Und, oh, cool Kann das sein Dass es alles zu ist, weil jetzt hier die Heldengeschichte los Los ist und dann Jetzt quatschen wir erstmal mit den Jungs Ah, seht ihr dieses Zeichen da links Über dem Shops Barriere Jetzt kann ich nämlich nicht Jetzt kann ich, äh, nicht schlagen Das heißt, jetzt ist so Story-Gebiet Hi, wer bist du? Hä? Höfliche Verbeugung Hä? General Radan My tierest Demogod Of the Shattering Awaits you Champions Prepare For battle Cool Defeat the General Claim Glory And grab that great rune Ja Cool Hi Hi Yeah How delightful Der Angst hat mich einfach, dass die Ordeale ist wertvoll. Verwärts sich um ein guter Vorteil, mein Freund. Ich, Iron Fist Alexander, will ich hierbei auswählen, um diese Ordeale zu retten. Verwärts sich um ein guter Vorteil, mein Freund. Ich, Iron Fist Alexander, will ich hierbei auswählen, um diese Ordeale zu retten. Hi. Ah, da bist du. Du hast deine Zeit lieb. Die Spielern sind alle gemacht. Ich warte für die Tür. Wir geben ihnen ein Show, um zu erinnern. Nur nicht du dich auf mich. Für Rani auch. Einmal wieder in die Freie zusammen. Das könnte sogar Spaß sein. Einmal wieder in die Freie zusammen. Oh, da oben steht noch einer. Schau mal. Ei, wer bist denn du? Ach, guck mal. Den kennen wir doch aus dem Zwischenbild. Ja. Ich sehe, wenn du bereit bist. Wir haben jetzt endlich, heute ist nicht viel passiert, so kampfmäßig, aber endlich bin ich in Schloss Rotmähne gelandet. Mit der geilen Halo Musik im Hintergrund. Ja, mega cool. Servus, macht's gut. Für die und ein Like da lassen. Ciao. Ach. Subscriben, liken und die kleine Glocke daneben neben dem Subscribe-Button müsst ihr unbedingt anklicken. dann wisst ihr, wann ich nämlich was Neues rausbringe. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.